Hallo und willkommen bei Silent Hill PT, die Demo, die momentan hier im PlayStation Store verfügbar ist. Und ich muss sagen, grafisch sieht das Spiel schon aus, ich habe das schon mal angetestet. Und ja, ich würde sagen, beginnen wir mal. Also es ist momentan noch nicht so spät, es ist gerade, lass mal gucken, 23 Uhr, 22 Uhr ist, eigentlich geht das noch. Aber es kommt mit der Zeit hier schon ganz gut mit, 23,59. So, ich habe jetzt noch nicht so viel von dem Spiel gesehen. Ich habe nur mitbekommen, nach dem Spiel, wenn man das durchschreibt, soll man einen Trailer exklusiv sehen können. Und ja, mal gucken, wie das so wird. Äh... Hallo? Ich glaube, den ersten Gang hatte er schon gespeichert. Boah, der Sound ist schon mal richtig, gell? Alter! Alter, hat die mich gerade... Ich will wieder gehen. Hilfe! Alter! Und der Sound ist sowas von immer richtig geil. Ich feier das Fahrzeug. Äh... Habe ich erwähnt, dass 23 Uhr 24 nicht schlimm sei? Äh... 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 Hilfe? Äh... 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 Hallo? Äh... Ha... Hallo? Äh... Was passiert, wenn ich da jetzt hinlaufe? Alter! Hau auf mit dem Scheiß! Ich guck nicht nach hinten, ich gucke nicht nach hinten, nein, alter, hör auf mit dem scheiß, ernsthaft, allein um die Uhrzeit im Dunkeln und das mit, äh, Headset, warte mal, ich glaube es ist ein 23,950, äh, Hilfe, äh, wieso glaube ich da eigentlich jetzt, kann ich, ja, kann ich, jetzt hallo hallo Hilfe? Nein! 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 Hau auf! Nein! 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 Ah! 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 Ah... Mann! Sieht das so gut aus! Was auch mal das sein soll! Ah! da kommen irgendwelche kommen kackelacken raus und ich würde mich auch mal gern sehen im spiegel ich bin echt begeistert von dem spiel ich habe das auch 20 4803 ich kann nicht mal aufhören hör auf damit 23 uhr 59 war das ein grund zu zu flackern mein schatten ich sehe das mit dem schatten oh alter 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 boah was da los alter leute hör auf ich werde die nacht nicht gut schlafen können das sage ich euch jetzt schon wie sagt ihr ich habe ich muss sagen ich habe silent hill gespielt warum ist da ne was ich sagen wollte und ich habe silent hill gespielt homecoming war mein erstes ich weiß ich habe da was verpasst aber es war mein erstes gewesen und das zweite war dann und 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 ich muss sagen in der dritten perspektive war schon manchmal ganz übel aber was auch für fantasien die entwickler haben boah ist es schon aber das mit ego perspektive wenn das wirklich jetzt in das richtige spiel reinkommt kommt na meine fresse du dann weißt du bescheid und ich will gar nicht mehr 21 59 50 das ist der Anfang ich will nicht mehr nachdem ich will nicht mehr ich will nicht da diesem also der der Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde ja gerne... Alter, ich schreck mich nicht so. Ich bin ziemlich angespannt gerade. Ey, wenn die Olle jetzt gleich kommt, Alter, ich... Ich hab Herzinfarkt. Sofort. Tot. Fall ich um. Na, auf mit dem Scheiß. Was sind das für Entwickler, die sowas machen? So, noch 23 und 59. 23 und 59. Oh, oh, oh. Ey, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Nicht mehr. Irgendwie wird das lauter, kann das sein? Oh, oh oh. Ich glaube, wir brauchen einen Asthma-Spray dieses Mal. Und ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Und im Bild steht zwar was, aber hilft mir gerade auch nicht sehr viel weiter. Ich traue mich echt nichts mehr zu machen. Tut mir leid. Ich traue mich. 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 Ich traue mich.